Was und wer ist Jury? Eine achtköpfige Jury wählt aus rund 60 Praxisprojekten in den Champions League Programmen Marktforschung und Managementkonzeption je die drei besten und rangiert diese. Damit sind sie für den WTT Young Leader Award nominiert. Die Mitglieder der Jury entscheiden unabhängig und neutral nach den Kriterien Die Jury setzt sich aus Führungskräften und Experten der Wirtschaft, der Bildung und der Lehre zusammen. Die Wirtschaftsführer sind mit ihren Unternehmen zugleich Preissponsoren. Alle Jurymitglieder zeichnen sich durch Fachkompetenz, Erfahrung und Honorationen in ihrem Bereich aus. Sei es in Leadership, in der Wirtschaftsberatung oder im Bildungssektor. Und das ist die Jury des WTT Young Leader Award 2011. Dr. Edgar Oehler von der AFG Arbonia Forster Holding AG Arbon, Preissponsor erster Rang Marktforschung. Thomas Haring von Leica Geosystems AG Herbruck, Preissponsor erster Rang Managementkonzeption. Klaus Brammerz von der Bauwerkgrub St. Margriten, Preissponsor zweiter und dritter Rang Marktforschung. Daniel Erath von TAKblatt Medien St. Gallen, Preissponsor zweiter und dritter Rang Managementkonzeption. Bruno Reß von PwC St. Gallen, Prof. Dr. Sebastian Wörwag, Prof. Dr. Sibylle Minder-Hochreuthener, Prof. Peter Müller. Sie sind an mehr Informationen über die Jurierung interessiert? Besuchen Sie die Website des WTT Young Leader Award auf www.fhsg.ch slash praxisprojekte